Der erste, das war ein Makrose, der war auf der Brust tätowiert. Er trug eine mehrblaue Hose und sie hat sich so schrecklich geniert. Er nahm ihre Hand und versprach ihr die Treue und gab ihr sein Wort. Er nehmt keine andere nach ihr. Und am Morgen, da muss der an Bord. Beim ersten Mal, da tut's noch weh, da glaubt man noch, dass man es nie verwinden kann. Dann mit der Zeit so bö ab höh, gefühlt man sich daran. Das Treusein, so sprach er, ich kann es versuchen, wenn ich war's ja noch nie. Wird sein Knabe, so nennen ihn Johannes, wird sein Mädchen, so nennen es Marie. Er ist nicht zur Hochzeit gekommen, er war auch zur Taufe nicht da. Sie hat einen anderen genommen und zudem sagt Johannes Papa. Beim ersten Mal, da tut's noch weh, da glaubt man noch, dass man es nie verwinden kann. Dann mit der Zeit so bö ab höh, gefühlt man sich daran. Beim ersten Mal, da tut's noch weh, da glaubt man noch, dass man es nie verwinden kann. Dann mit der Zeit so bö ab höh, gefühlt man sich daran. Dann mit der Zeit so的 Hirschluss wird aus demige der Zeit so böe, Untertitelung des ZDF, 2020